Herzlich Willkommen zu Lizzie Swimbox Nummer 65, diesmal mit Richtcharakteristikas. Habt ihr euch auch mal gefragt, wieso es so viele Nierencharakteristiken gibt und ein paar einzelne, die andere Charakteristiken haben und weshalb hat es überhaupt andere und für welche Anwendungszwecke kann man die gebrauchen und was soll das überhaupt. Da will ich euch ein bisschen was zeigen, was euch vielleicht weiterbringt bei den Recordings oder euch einfach ein bisschen Horizont öffnet oder vielleicht Sachen, die ihr gar noch nicht gewusst habt. Schauen wir uns mal ein Kondense-Mikrofon an, das tonnenweise an Charakteristikas anbietet. Das ist von Neumann das TLM 170. Wir haben hier eine Kugel, eine breite Niere, eine Niere, eine Hyperniere und eine Achtercharakteristik, die hier einfach umstellen kann. Zweiter Vertreter als Beispiel AKG C414. Vier Charakteristiken, Niere, Hyperniere, Kugel und eine 8. Was nehme ich zum Beispiel mit einer Kugel auf? Vielleicht einfach den Raum, wo sich das Instrument befindet, was ich aufnehme. Oder ich will eine räumliche, natürliche Abbildung eines Instrumentes machen, zum Beispiel eine Flügelaufnahme, wo ich zwei Kugeln in den Flügel reinstecke und dann quasi den Raum in sich kugelförmig 360 Grad aufnehme. Ich nehme Direktschal auf vom Flügel selber und von hinten die Reflexion vom Raum. Natürlich kommt es immer auf den Raum drauf an. Großer Raum, halliger Raum gibt natürlich auch ein halliges Resultat. Aber vielleicht in dieser Konzerthalle muss es eben so klingen und man will eine natürliche Aufnahme. Oder einfach als Raummikrofon bei den Drums. Einfach mal in die Ecke gepackt, eins links, eins rechts und da einfach mal auf Kugel stellen. Natürlich muss es das Mikrofon auch bieten, das ist klar. Die meisten sind wirklich Nierencharakteristiken und die kommen auch am meisten zum Anwenden. Aber es gibt da eine Charakteristik, die wird vielleicht ein bisschen unterschätzt. Das hier ist ein Bändchenmikrofon. Bändchenmikrofone haben eine Achtercharakteristik. Das heißt, sie nehmen von vorne wie von hinten auf. Seitlich nehmen sie nichts auf. Und das kann man zunutze machen. Stellt euch ein Bläserquintett vor. Jeder sitzt im Halbkreis nebeneinander. Wenn ich hier mit Niere aufnehme, habe ich das Problem der Übersprecher von links und rechts von den anderen Instrumenten. Tue ich ein Achte hin, habe ich links und rechts fast keine Übersprecher. Dieses Mikrofon ist ein bisschen gerichteter durch die Achtercharakteristik. Natürlich nehme ich auch von hinten Sound auf, als wenn jemand gegenüber ist. Aber das ist wesentlich leiser als das Direktsignal, was da reinkommt. Und so kann ich mit der Achtercharakteristik viel besser trennen und muss nicht irgendwelche Stellwände aufstellen. Die Musiker fühlen sich viel wohler, wenn sie nicht so eingepfercht sind mit Stellwändchen und so weiter und so fort. Bändchen haben immer Achter. Das kann ich natürlich auch mit Telem 170 einstellen, eine Achtercharakteristik oder auch mit C414 von AKG. Kein Problem. Da kommt es dann eher auf den Sound darauf an, was ich da haben will. Achtercharakteristik eignet sich auch super, um einfach einen Raum aufzunehmen. Nicht das Direktsignal. Zum Beispiel bei der MS-Mikrofonierung. Als Seitenmikrofon. Ich habe ja eine frontale Mikrofonierung vom Direktsignal, vom Mittensignal und das Seitensignal wird mit einem 8 aufgenommen. Das heißt kein Direktschall, nur seitliche Reflektionen und Hall vom Raum. Das muss jetzt nicht unbedingt im MS so sein. Ich kann das zum Beispiel auch seitlich zum Schlagzeug stellen. Quasi vorne und hinten, hier ist das Schlagzeug. Seitlich wird jetzt nahezu nichts aufgenommen, aber vorne und hinten wird aufgenommen und das sind wiederum Raumanteile, die ich hier aufnehme. Also kann ich mit einer 8 schon sehr coole Sachen machen, wo ich vielleicht mir gedacht habe, was soll das? Dann Bassrun-Mikrofone. Hier die zwei bekanntesten von Shure, das Beta-52 und von AKG, das D-112. Das D-112 ist Nierencharakteristik. Habt ihr gewusst, dass das Beta-52 eine Hyperniere ist? Vielleicht nicht. Das heißt, dieses Mikrofon nimmt von vorne auf und ähnlich wie eine 8 auch von hinten, aber von hinten weniger wie eine 8. Grundsätzlich ist dieses Mikrofon, diese Charakteristik auch gerichteter, aber ein bisschen breiter. Bei der 8 ist immer das Problem ein bisschen da, dass es vielleicht, wenn man ein bisschen aus dem Winkel geht, schnell schwächer wird und halt einfach noch gerichteter ist als zum Beispiel eine Hyperniere, so wie das Beta-52. Wenn ich das weiß, kann ich das bewusst einsetzen. Ein weiterer Vertreter von Hypernieren, dieser Prügel hier, Retro-Style von Sennheiser, das MD441, auch eine Hyperniere. Ein dynamisches Mikrofon, klingt fantastisch, klingt fast wie ein Kondensermikrofon. Nicht typisch wie ein dynamisches Mikrofon träge, nicht so hoch auflösen usw., sondern das hier ist richtig cool gemacht. Was kann ich damit aufnehmen und welche Vorteile hat jetzt diese gerichtete Situation mit einer Hyperniere? Zum Beispiel eine Snare. Was habe ich beim Snare immer das Problem? Beim Snare Mikrofon habe ich immer die Hi-Hat oder das nebenanliegende Tom oder oben das Blech, das auf dieses Mikrofon raufkommt. Mit einem Hypernieren- charakteristisch habe ich eine gerichtete Situation. Das heißt, seitlich nehme ich wiederum fast nichts auf. Das heißt, Übersprecher von links und rechts, Tom und Hi-Hat vor allem, das wird fast ausgeblendet. Super Sache für sowas. Oder auch anstatt eine 8 im Quintett. Einfach so ein Mikrofon mal ausprobieren. Ihr seht also, es gibt eine Fülle an Mikrofon- Charakteristiken, die eigentlich für mich gesehen unterschätzt werden. Die gezielt beim Recording eingesetzt, hilft vor allem bei Übersprechern. Das ist der einzig wahre Grund. Oder für schöne räumliche Abbildungen für natürliche Klänge bei der Achtercharakteristik. Das ist das, was man sich überlegen muss, wenn ich mikrofoniere. Welche Charakteristik haue ich da dran, neben, was für ein Mikrofon tue ich da ran. Aber mit der Charakteristik kann ich noch echt viel rausholen, was mir nachträglich beim Mischen hilft. Das war's. Viel Spaß bei den verschiedenen Charakteristiken. Und bis zum nächsten Mal. Das war's. Viel Spaß bei der Achtercharakteristiken. Und das wäre es auch